Musik Schönen guten Tag, ich bin der Guido aus der Akustik-Gitarren-Abteilung und möchte Ihnen heute die Yamaha CS40, den Inbegriff der Einsteiger-Gitarre, vorstellen. Eine Gitarre in Dreiviertelgröße, geeignet für 9- bis 12-Jährige normalerweise und mit Sicherheit weltweit die meistverwandte Gitarre zum Lernen. Die Yamaha C-Serien-Gitarren sind der Inbegriff von Einsteiger-Gitarre. Es ist mit Sicherheit die weltweit meistverwandte Gitarre zum Beginn. Es gibt sie in drei Größen, als CGS-102, halbe Größe für 6- bis 9-Jährige, als CS40, Dreiviertelgröße für 9- bis 12-Jährige oder eben die legendäre C40 in der Vierviertelgröße, mit der auch weltweit Millionen von Erwachsenen Gitarre spielen gelernt haben. Die Gitarren sind einfach gebaut, robust verarbeitet, das sind rundherum laminierte Hölzer. Damit ist aber dafür gesorgt, dass sie sich niemals verziehen werden. Man kann sie zu Hause an die Heizung stellen, man kann sie mit in den Park nehmen, an den Strand nehmen. Es wird keinen Weg geben, wie man eine Yamaha-Gitarre kaputt bekommt. Genau die Qualität, die die Yamaha-Gitarren haben, ist die, die sich der Gitarrenlehrer in der Musikschule wünscht, die sie ihrem Kind kaufen sollten, wenn sie es zum Unterricht schicken wollen. Man kann perfekt drauf lernen, sie sind super bespielbar, sie intonieren gut, es ist einfach ein Instrument, wo man viel Spaß dran haben kann und vor allem den Spaß am Instrument so weit entwickeln, dass man ein Leben lang dabei bleibt. Sollten Sie noch Fragen zu Yamaha-Gitarren haben, rufen Sie einfach bei uns in Telesales an. Die Kollegen dort sind gut informiert und können Ihnen mit Sicherheit weiterhelfen. Wersetka DDRSoft